Um eine Auszahlung in der Kontoverwaltung anzustoßen, klicken Sie zunächst auf den Punkt Transfer und Zahlen und weiter auf Guthaben übertragen. Sie finden nun mittig den Punkt Auszahlung durchführen. Sie können nun wählen, ob Sie eine SEPA-Banküberweisung oder eine normale Banküberweisung nutzen möchten. Ich wähle nun SEPA-Überweisung. Im folgenden Schritt müssen Sie die Informationen Ihrer Bank eingeben. Sie können Ihrem Konto einen Kurznamen zuweisen, damit Sie besser bei mehreren Bankverbindungen navigieren können. Klicken Sie nun auf Bankinformationen speichern. Im folgenden Schritt weisen Sie Ihre Identität nach, indem Sie Ihre Unterschrift setzen und sich erneut mit Ihren Kontodaten einloggen. Mit einem Klick auf Weiter bestätigen Sie dies. Anschließend die Auszahlung per Zwei-Faktor-Identifizierung bestätigen. Die Bankdaten wurden nun erstellt. Sie können nun einen Überweisungsauftrag erstellen. Ihnen werden nun die zur Auszahlung verfügbaren Barmittel angezeigt und Sie können den Auszahlungsbetrag frei wählen. Über einen Klick auf Auszahlung erstellen wird die Auszahlung angestoßen und das Geld binnen ein bis drei Tagen auf Ihr Bankkonto überwiesen.